Musik 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 Gut, dass ich im Blankenkasten gerade Katzen hab, ja. Du, ansonsten hätte ich das auch selber. Das wäre kein Problem gewesen. ok was war hier die starke ja ich erinnere mich die tastatur war umgedreht also die steuerung vom controller ja okay okay und ich dass sie irgendwie nicht so viel mit nichts damit zu tun ich konnte das echt nicht echt nicht ändern ja die kontrolsteuerung stimmt aber nicht meine lieben freunde ja komm spieg ich mit maus und tastatur hier waren wir ich muss die maus einmal runterdrehen doch hochdrehen hunger und hilfe warum tue ich mir das mal an ich glaube das ist eine meiner hassepisoden dafür mache ich hier einmal wieder dunkler warum haben wir uns ein halloween dafür entschieden ich bin jetzt mal muss ich die kamera gleich kleiner machen ich bin doch nicht doch nicht ich bin doch nicht Das war es, Boss. Son of a bitch. One of them is bitten. We kick his ass. That's what I'm thinking. Oh, my God. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, you watch your ass. Ihr dürft auch wieder gerne mitentscheiden, ne? Da ich das Spiel schon zweimal gespielt habe, dürft ihr gerne mitentscheiden. Ich weiß fast... Ne, ich glaub drei Entscheidungen weiß ich nicht. Beide Enden kenn ich, aber... Beide Endentscheidungen, aber ich kenn halt... Süße. Einzelne Entscheidungen nicht. Och, kommt schon. Direkt zu Anfang, oder was? Wer bist du? Dammit. What'd they get this time? Looks like a rabbit. Well, that's another meal lost. I still can't believe we went through all that commissary food in three months. It seemed like so much at the time. Maybe you shouldn't have opened the door. Yeah, except then I'd probably be food by now. Trust me, I have no regrets. Rabbit's hardly a meal, Mark, but I'd take it. We're all hungry. No kidding. When I accidentally grabbed for Carly's rations the other night, I thought she was gonna take off my hand. We're all on edge. Just cut her some slack. Yeah, you're right. I wish I knew for sure how much food we have left. You'll have to ask Lily. She's the one handling the rations. Or mishandling it if you ask Kenny. He's just worried about his kid getting enough. I worry about Clementine, too. You think Kenny's having any more luck than we are out here? I sure hope so. Yeah, between the lack of food and Kenny and Lily fighting all the time, things are getting pretty tense back at the motor end. You know, Kenny's been talking about taking off if he can get that RV running. He's got a wife and son to look out for. And they're safest in a big group. Going out on his own will get them all killed. Can't blame him, though. Did you hear Larry going off on him last night? What's the old guy's deal, anyway? Seems like he's got a problem with you in particular. He thinks I'm a danger to the group and Clementine. I think he's the one putting us in danger. The way Lily worries about his health, I wouldn't be surprised if she's been skimming Rations for him. And I know, Lily thinks he's getting weaker. But the guy's all muscle. He's a walking pile driver. I know, I wouldn't want to be stuck in a room with him. And didn't he punch you in the face one time? Knock me flat. Hallo, Darkie. Nein, bist du auch krank? Hattest dich auch erwischt? Oder warst du immer noch krank? Du weißt mittlerweile gar... Ja, ich wurde jetzt von Frühschutz auch angesteckt. Frühschutz hat mich angesteckt. Ich hab jetzt Erkältung. Aber noch geht's. Noch ist es nur Husten und ein bisschen Heldschmerzen. Bei mir ist es nur Erkältung. Also bin negativ. Und Fritz ist bisher auch. Also wir haben tatsächlich nur eine ganz normale Erkältung. Toi, toi, toi. Fühlt sich diesmal auch anders an. Ich hatte ja bisher ein einziges Mal Covid. Das erste Mal war furchtbar. Da konnte ich ja gar nichts mehr. Da lag ich nur noch im Bett. Oh nein. Ja, das war dann mit der Ehr eben. Aber dann hoffe ich, dass du schnell wieder gefund wirst. Ja, dann drück ich die Daumen, dass du dich ausruhen kannst. Ich hoffe, dass die Tage besser wird. Ich hoffe, dass ich für Samstag fit bin. Das war das Wichtigste. Deswegen renovieren. Da kommen sie. Ähm. Komm, mach was. Ja. Alter, Paul ist kein D-Zug. Das funktioniert nicht. Ja. Könnt ihr ihm auch einfach... Ja, Zeit haben wir schon. Aber ich würde gerne dieses Jahr nach oben ziehen. Zeit haben wir. Aber ich möchte mein zweihjähriges mit euch dann von dem neuen Haus verbringen. Okay, wir hacken dir das Bein ab. Oh Gott. Oh Gott. Könnte ich dich ausrufen? Nein, nein, nein. Oh Gott, es gibt so viele davon. Es gibt so viele davon. Es gibt so viele davon. Alles, bitte. Oh Gott. Ich habe jetzt einfach verbraucht. Wir müssen gehen. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich hätte auch gekotzt. Ja, wie lange wollt ihr da jetzt noch rumstehen? Du bist ein Toter, Travis. Du bist ein Toter, Travis. Nice. Ja, wie gesagt, Zeit haben wir zwar mit dem Renovieren. Aber Frischus, wie auch ich, wollen fertig werden. Und ja. Ich meine, es ist jetzt nicht mehr so viel tatsächlich. Also Frischus ist ja jetzt gerade heute und morgen im neuen Haus. Macht jetzt im, ich glaube, jetzt erst mal letzten Raum den Boden. Im anderen Raum kann man das dann nachzudrücken und machen. Dann muss es dann halt nur erstmal gestrichen werden. Dann wären erstmal die wichtigsten Räume fertig mit Boden. Und dann muss ich dann nur noch zwei Sachen dann kleistern an die Wand. Dann wäre das Schlafzimmer soweit fertig. Dann halt nur die Bodenleisten. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, da sollte auch Stuck dran. Wenn ich mich recht entzünder. Oder nur in deinem Eim rum. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Auf jeden Fall. Ja, wäre das fertig. Und ich bin jetzt quasi im letzten Raum beim, im vorletzten Raum halt beim Grundieren. Und in einem anderen Raum muss ich dann halt nur noch die Hälfte der Wände machen. Dann lassen wir die Tapete halt dran. Auf der einen Seite. Dann machen wir nur das ab, was nicht mehr gut aussieht. So, es wird, es wird. Also ich denke mal, ich könnte nächste Woche mit dem letzten der drei Wände fertig werden. Alles klar, Ducky. Dann ruhe ich aus. Ich bin noch ein bisschen da. Wahrscheinlich, wenn die Stimme das mitmacht. We haven't even talked to these people yet. Maybe they can be helpful. We haven't even talked to these people yet. We haven't even talked to these people yet. We haven't even talked to these people yet. Come on, Lily. These are people. People trying to survive. Just like us. We've got to stick together to survive. The only reason you're here is because you had food. Enough for all of us. But that food is almost gone. We've got maybe a week's worth left. And I don't suppose you guys are carrying any groceries, are you? No? Fine. You guys fight it out there. Welcome to the family kid. Come over here and see what I drew. What? What? No, I... Just come on, okay? You know, you like to think you're the leader of this little group. But we can make our own goddamn decisions. This isn't your own personal dictatorship. Oh, come on. You're being dramatic. Everything always turns into a power struggle between you two. I'm not going to be a part of that. Hey, I didn't ask to lead this group. Everyone was happy to have me distributing the food when there was enough to go around. But now that it's running out, suddenly I'm a goddamn Nazi. It doesn't matter who's in charge. Those people are here now. I guess we just have to decide what happens. No, Lee, it does matter. One person can't be in charge of everything. You know, it might feel safe for you to sit on the fence. But sooner or later, you're gonna have to decide whose side you're on. I don't see any of you stepping up to make the hard decisions. My girl's got more balls than all of you combined. Oh, Lee is an olden Knacker, ne? Why don't you go help Mark with the wall? You think this is easy for me? Everyone's starting to hate me, because I'm the one that rations the food, but nobody else wants to. You know what? You know what? You come back to me tonight. You do it. There's today's food rations, but there's not enough for everyone. Good luck. Hmmmmmmmmmmmmmm. That's only 4 Nahrungs-Klingestellen for 10 hungry people. Åh. Wie sie mich alle angucken. Oh, Gott. Dieses Reusbein ist einfach immer das Schlimmste. Okay. Dann schauen wir erstmal. What do you want? A handout? Oh, I got 60 cents in my pocket. If you'll shut up and quit being such a pansy. It keeps the walkers out. Carly's been doing the bulk of the lookout duty. Hey, you holding up okay, Lee? I was pretty fucked up back there. Having to cut that guy's leg off. Yeah, I just hope Kadja can save him. You ever miss the Air Force Base? I mean, this wall isn't exactly military standard. No way I'm going back there. You saw what it was like when you guys picked me up. Completely overrun. Lily's pretty pissed at us. Listen, I know her intentions are good, but... But nothing. She's making the smart choice. Ach, halt doch die Klappe. Those Parasite, die ihr euch gebracht habt, brauchen zu gehen. Ich entscheide mich nur nicht, wer was er so kriegt. Actually, we could use your axe. Do you mind if we take it? Yeah, give us that thing for a bit. Here, Mark, this should help. Well, then give me the mark. Hey, I'm the one doing all the work over here. Oh, halt den Schienes. Come on, Larry, give it a rest. I'm sure Lee is getting pretty sick of you thinking he's a danger to the group. Is that what you told him? No, that's not what I said. Whatever, I got work to do. Yeah. 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 You got to talk to Lily about getting along with Kenny. Lily can make her own friends. It's not about making friends. We're all in this together. We got to start acting like it. Uh, stuff all that. We'd be fine without you. Lily thinks we should throw these new people out. Damn right. There's too many people hanging around here as it is. Keep up on that fence. I need to say that. Don't tell me what to do, Lee. But he's actually the one who's the most affected. Decide out of the price. At least the kids have something to keep them occupied. Oh, a cat. How are you doing, Clementine? Okay. Where's your hat? I don't know. Can you help me find it? Sure. When did you lose it? I had it a couple days ago. I promise. If I find it, I'll let you know. Thank you. Okay, Clem. I've got to take care of some things. Why don't you go back to playing with Duck for a while? Okay. Hey, is my friend going to make it? I don't know. But Kaja will do her best. I promise. I can't believe you chopped off his leg. There was no other way. So who are you people? Our group's going to want to know. I'm Ben. Ben Paul. The man you saved is Mr. Parker. The band director at my school. We all came down from Stone Mountain for the playoffs. When... When... Everything happened. How you holding up, kid? Uh, well, I, uh... I keep wondering if I could have done something to help, you know? Some kind of... I don't know. Something. He'll be prepared next time. Next time? Yeah. Okay, can I'm going to talk to Clem? Can I talk to Clem? Can I talk to Clem again? Yeah. If that's okay. I... I need it. It's okay, hon. You said they'd find us. I know. I did. And until then... Look, Clem... Yeah. I'm not stupid now. We must play. But it makes me feel younger. Okay. You take good care of it then. I will. I will. You take good care of it then. I will. How are you doing, Clementine? Everything alright? Yeah. Is that man going to be okay? Hmm. That's not good, Clementine. It doesn't look good. Oh. Okay. I'm so hungry, Lee. I hope I get to eat soon. Ja. Du wirst doch was zu essen kriegen. How are you doing, Doc? I'm okay. Me and Clementine are coloring. Guess what it is. Yeah. Katze. Das ist eine Katze. No. Das ist eine Katze. Das war doch eindeutig. Katze. Nein. Das ist kein Katzenfleisch. Das ist kein Katzenfleisch. Bye, Lee. Katzenbeet. Und dein Katzenfleisch. Hier ist unsere Katzen nicht. Sleeping any better? No. No. I know we should be grateful for beds, but no. I'm not. Drugstore? Yeah. Ich weiß doch nicht, wie ich das Essen verteilen soll. Ich weiß nicht, wie ich das Essen verteilen soll. Ja, wir wissen, alle die, die jetzt geguckt haben, wissen auch, wo Glenn hin ist. Ich will mich auf jeden Fall mit den Leuten gut stellen, von denen ich weiß, dass wir jetzt später mit denen... ...kontakt haben, aber... Oh nein. Okay. Oh ja, ich will zu ihr hoch. Hi. Okay. 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 Wir haben tatsächlich keine Schubriege mehr. Mhm. Dreimal ist er was zu essen da. Okay. Käse! Oh mein Gott! Äh, hier, wie gibt's nur das Fleisch? Das heißt, ich hab was für eine Familie gehalten? Nee. Wir essen's nicht selber. Er kriegt nichts. Larry kriegt auch nichts. Ist die Frage... ...Mark? Oder... ...Carly. Ich würde aber eher sagen... ...ich gebe Carly? Oder wollen wir Kenny? Ich weiß es doch nicht. Wir geben Kenny. Wollen Sie etwas essen? Hier, Kenny. Take this. Wie geht's mein Junge? Hat er noch nicht essen? Ja, ich habe ihm etwas. Sure, dann hand es über. Ich bin starved, danke. Nichts. Nichts. Nein. Nichts. Ich weiß nicht, wie Sie haben die Kraft für das jeden Tag. Ich habe keine Wahl. Hey, danke für mich und meine Familie. Ich bin ernsthaft über diesen Offen, um mit uns zu kommen. Du hast mehr als eine Runde mit mir gewonnen. Ich habe noch nicht gewonnen. Ich glaube, dass ein paar Menschen nicht glücklich sein werden. Du bist weg. Was ist mit meinem Essen? Es gibt niemanden. Du 계속 trittst Leute wie das, und deine Tage in diesem Gruppen sind nummer. Du bist einig, mein Mann. Ja. Ich sehe dich nicht arbeiten auf diese Wand. Oh nein, ich weiß, was passiert. Das ist eigentlich das Schlimmste, wenn man weiß, was passiert. Oh. Ich will nicht, ich will nicht, ich weiß, was passiert. Ich weiß, was passiert. Ich weiß, was passiert. Ich weiß, was passiert. Ich habe das Schlimmste, ich Parafus. Ich habe es versucht, aber ich muss noch nie überwachsen. Nein, 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 nein. Aber zumindest ist er noch nicht der Unterschied mehr. was für das andere Kind? Oh, oh Gott. I Den Fisch shopping jetzt mal wieder. Dad, fuhr. der wurst du hast ein wunderschönes gewicht und du hast ein ganz tolles gewicht nein 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 gegessen ich habe vergessen nein 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 sie ist doch da kommt das glaube ich Sie versucht zu töten meine Frau zu töten! Was?! Warte, Sie alle nicht wissen? Was die Hölle bist du? Das ist wahrscheinlich wo die Ars... ...ließe. Das ist nicht die Bite, die das macht. Du zurückkommst, egal wie du sterben. Wenn du nicht zerstörstest, das ist nur was passiert. Das wird alles passieren. Wir sind alle infectiert? Jeder? Ich glaube so. Ich weiß nicht. All ich weiß, dass ich Leute rüberkommst, die ich weiß, noch nie wurden. Als ich erst gesehen habe, wir waren alle in einem Gym, und alle dachte, wir sind endlich安全. Aber eine von den Mädchen, Jenny Pitcher, glaube ich? Ich glaube, sie konnte es nicht nehmen. Sie hat ein paar Pille. Einige von ihnen. Einige ging in die Mädchen die nächste Morgen, und... Gott. ... 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 Das war's gut. Das Lilly-Kenny-Thing wird sich verdammt. Ich würde mich glücklich sein, wenn du mehr aufhören musst. Du denkst, sie würden mich für einen Leder sein? Klar, jeder sieht dich auf. Nicht jeder denkt, dass ich so vertraut. Weil du dein Leben. Wer weiß? Barry weiß. Das kann nicht einfach sein. Sie wissen. Sie war da, als wir in der Drogenkirche waren. Sie fragten mich über das. Ich konnte sie nicht lief. Was genau passiert mit dem Senator? Es war ein Verzicht. Ich weiß, dass ich über das Thema weiß. Manchmal fragte ich mich mit der Gruppe über das Thema. Du musst nicht. Alles, was passiert, bevor die Dinge in Höhe ging, geht nicht mehr. Ich bin sicher, dass jeder es so sieht. Das stimmt. Vielleicht hast du recht. Über die Jahre, ich habe ein paar ziemlich verletzt. Ich habe die Situationen wie deine 100 Mal gesehen. Es muss nicht so machen, dass du ein schlechter Mann ist. Ich... Ich mag das wirklich. Ich meine, Gott Gott, Lee showed up, wenn er das gemacht hat. Right, Lee? Ja. Warum sagst du uns ein bisschen mehr über dich, Lee? Wo bist du von? Ich bin oft. Ja. 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 Das ist gut. Ich bin glaube Ja. Und so ist das nicht zu großartig. Aber los auch. Oder wir schauen, dass sie sich spielen können. Oww. macht doch überhaupt keinen lern das schlimmste ist eigentlich er hat seine waffe da liegen lassen statt dass er die mitnimmt ich meine das war ja hier sowas was was der wieder auch hat diese armen brust das ist eigentlich das jährlichste was du machen kannst die liegen zu lassen weil dir keinen lärm macht belassen wir uns mal dabei aber Wir haben Kinder in unserer Gruppe. Es ist nicht sicher, dass sie eine Lethal-Fense haben. Oh, keine Angst. Wir haben viel, um sie zu halten. Der Ort sieht nicht enttäuscht. Du wirst niemals wissen, dass der Rest des Welt ist in Ruins. Es ist wert, um die Ruhe zu beschützen. Ich dachte, ich sah euch mit der Firma kommen. Leute, das ist unsere Mama. Ich bin Brenda St. John, und willkommen zu der St. John Dairy. Das hier ist Lee. Er bewegt sich oft, aber wenn sie die Weise sind, dann können wir sie ein paar Freunde haben. Sie haben ein paar andere Freunde stehen in der alten Motel. Oh, mein Gott. Das Ort ist ziemlich vulnerable. Haben Sie jemanden mit Erfahrung zu führen? Wir arbeiten zusammen. Und wir haben viele Leute mit Erfahrung mit Militärer. Das ist gut zu hören. Das Motel ist nicht der safest Ort. Jetzt, dass ihr alle hier seid, wir machen, dass ihr sicher seid und sicher seid. Das Offer ist für die Rest des Restes? Wir sind alle sehr froh. Diese sind für euch. Bät frisch dieses Morgen. Wahnsinn. Man kann das nicht mehr so machen. Nicht ohne eine Kau für Milch und Butter, das ist sicher. Das ist richtig. Hopefully, Mabel wird es durch dieses Bout oder was sie hat, und mit uns für eine lange Zeit. Die Gäste sind im Moment nicht so schön. die wir hierher bringen können und wir können dir helfen. Eine Wettung? Oh, meine, unsere Werte haben wir geantwortet. Vielleicht unser ganze Gruppe kommen können. Für den Tag. Wie ist das? Wie ist das? Ihr habt ihr Vettung? Ich habe keine Wettung. Das ist ein ganzes Ernstung. Ich habe keine Wettung. Ich habe mich einfach noch mal hierher. Ich habe keine Wettung. Ich habe keine Wettung. Ich bin aus mir rausgetabt. Jetzt. Beallt euch. Na ja. Er sagt mir nicht zu der Naivität. Okay. 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 Ich bin aus. Mit die Welt zu offen aus. Du bekommst doch gern eine Sache. Dank umENSiong. Angebotcht. Warum. Bis zum nächsten Mal.